Hallo und herzlich zurück zu... Herzlich zurück. Ja, wir vergessen einfach mal ein paar Wörter im Satzbaum. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play American McGee's Alice im Irrgarten Nummer 3. Müsste jetzt vielleicht doch der letzte sein. Ja, es ist lustig. Es ist definitiv lustig hier. Ja? Also ich find's eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Es gefällt mir schon. Ja! Hey, wir werden vom Zahnrad mitgezogen. Das ist doch wunderschön. Ich wollte nie etwas anderes machen. Der war dumm. Ich hätte jetzt da raufspringen können, aber das wollte ich nicht. Meine Gedankengänge sind so... Ja. Aber warum ist meine Stimme grad so rau? Doch, gerade ist aufgenommen. Ja, ja, ja! Nein! Schön. Wir waren ja auch schon mal im Pool of Tears. Wir sind wie im Pool of Lava. Warum nicht, ne? Wem's gefällt. Und... So. Oh Gott. Oh Gott! Ja, würdest du dich bitte hochziehen, bitte? Kannst du hier überhaupt irgendwas machen? Na? Alice, ich habe rübergedrückt. Nicht loslassen. Aber das scheint ja für dich irgendwie keinen großen Unterschied zu machen. Egal, alles was jetzt kommt, ist besser als dieses... ...bescheuerte Fischlevel. Hm, so. Ja, würdest du da bitte mal raufgehen auf das Zahnrad? Und springen wäre auch eine tolle Maßnahme. Wirklich. Leck mich. Ich sollte aufhören, so zu reden. Ehrlich, das ist echt nicht schön. Tja, kaum hat man den schriftlichen Teil hinter sich... ...beginnt man seine Artikulation völlig wegzuschmeißen, ne? Daher sollte ich das eigentlich gar nicht... SPRING! Ja, schrei und stirb einen qualvollen Tod. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, weißt du? Wenn du nicht auf mich hörst... Ich meine... ...wenn du es so willst, Alice... ...bist du das liebe Wesen und ich bin deine höhere Instanz. Ja. Also bin ich Gott für dich. Ja, 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 ja! Oh mein Gott! Teufel noch eins! Ja, ich hab's geschafft. Super, toll. Ganz großes Kino. Zieh dich hoch. Und wir nehmen jetzt die hier. Weil wegen ist so. Hallo, Kleines! Tschüss, Kleines! Hier müsste nochmal ein Kleines kommen. Hallo, Kleines! Tschüss, Kleines! Jetzt kommt hier noch ein Geist irgendwo. Und dann nehmen wir die hier. Ja! Hallo, Jax! Tja, Lava zu Lava, ne? Ich gebe komische Laute von mir und rede total bescheuert! Juhu! Und ich hab den Timer wieder nicht gestellt. Egal. Mehr als zwei, drei Minuten werde ich jetzt wohl noch nicht rum haben. Na? You'll never know! Oh ja. Irgendwie finde ich das hier ziemlich geil. Das sieht alles ziemlich nach Matt Hatter aus. Also ziemlich Steampunk mäßig. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich steh total drauf. Aber ihr könnt halt auch ganz schnell sterben. Nachher kommt noch eine Area, auf die ich mich sehr freue. Auf jeden Fall sind wir bald durch. Das ist jetzt der letzte Ölgarten-Teil. Nein, du hättest... Ach ja, genau. Wir können uns hier wieder rausschweben lassen. Ja. Ich... Warum stirbst du jetzt nicht einfach? Das Blöde ist, ich kann mich, glaube ich, nicht einfach reinfallen lassen. Kann ich das? Irgendwo kein Dampf ist. Hallo, ich will sterben, Leute. Ich bin ein suizidgeplagtes Mädchen. Super. Ja, das war jetzt einfach nur... No way, Leute. Ihr seid doch... Kommt, glaube ich, ein Roboter. Ich weiß es aber nicht. Wir sind auf jeden Fall für alles gewappnet. Ja, erstmal sind hier Gear Wheels, ne? Ne, irgendwie nicht so ganz. Oh, cool. Na, da bin ich da! Ich sollte mir die Umgebung nicht allzu oft anschauen. Aber hier kommt ein Roboter. Oder? Da kann ich nicht lang. Also hier lang. Hallo? Hallo? Ja, das ist ganz toll mit einer kratzigen Stimme zu singen. Das wolltet ihr bestimmt schon immer mal von mir hören. Ich finde es so genial hier. Das ist schon ziemlich Mad-Hatter-Level-mäßig. Aber ja, ich finde es einfach geil. Hallo, Teufelchen! Warum redet ich... Ey, die grinsen hier! Oh Gott, wie süß! Machen wir mal die hier. Oh, schade! Da haben wir dich wieder geflascht, Würfel! Oh, das tut mir aber voll so nicht leid. Warum lebst du eigentlich noch? Dinos sind doch sowieso ausgestorben. Tja, irgendwelche Relikte. Ja, back to game, bitte. Dankeschön. Kann ich gut gebrauchen, jeb. Ja, back into the garden, ne? Stirb! Dino! Gott, da fällt mir gerade... Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr die Serie, die Dinos? Bin da, wenn noch. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Stipp, 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 stipp. Bist du jetzt tot? Ja, okay. Bin dich... Hallo! Oh, jetzt renn doch nicht weg! Renn doch nicht weg, Mann! Alter Schwede, was... Was soll denn der Scheiß hier? Weißt du, Räuber und Gendarm heißt, dass du der blöde Polizist bist und nicht ich? Da können wir uns ein Herz holen, müssen wir aber nicht. Auf jeden Fall ist die Serie mega cool. Oh ja, sie ist geil! Wenn sie noch irgendwann mal läuft, dann schaue ich sie mir sogar immer noch an. Hier sind, glaube ich... Ich finde es einfach genial. Also ich bin... Ich und Steampunk... Ja, das ist einfach schön. Ja, back to game. Ich hasse es, doppelt zu speichern. Oder drei-Buff. Oh Gott. Oh, scheiße. Ja, ich... Ja, der war dumm. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Ja, mein... Ja... Wir sagen einfach nicht. Hm, hm, hm. Oh Gott. Oh Gott. Juhu, ich bin gut. Hey, Musik, warum hörst du auf? Safe. Dankeschön. Hallo? Wua! Wua! Du bist tot, du bist tot, du bist tot, tot, tot. Äh, nicht cool. Ich mach' ja erst beim Cut. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.